Hallo und herzlich willkommen Freunde, ich bin es wieder, euer Jesse und es ist endlich soweit, Herr Patches, da das Update für die Synthesis Liga und zwar die League Mechanik mit den Nexus, den Erinnerungsstücken und so weiter. Das war nicht ganz so optimal, um das hier mal ein bisschen förmlich auszudrücken und deswegen gab es jetzt ein megamäßiges Update und zwar haben wir hier jetzt wesentlich mehr Möglichkeiten, die Erinnerungsstücke, also diese Fragmente hier effektiver zu nutzen. Das Ganze wurde auch sehr stark vereinfacht und das möchte ich euch mal ganz kurz in dem Video zeigen. Ihr habt es schon gesehen, in der Übersicht selbst hat sich ein bisschen was geändert. Links gibt es jetzt so eine kleine Tabelle, eine Auflistung, da seht ihr auch die aktuell maximal verfügbaren Elemente, wo ihr schon genügend Modifier oben habt und, und, und. Also das sind so ein paar ganz, ganz wichtige Punkte, auch wie viele Fragmente, Erinnerungsstücke ihr hier generell platzieren könnt, weil die Wege können natürlich nicht unendlich lange gebaut werden. Und wenn wir dann jetzt hier auf so ein Modifier-Feld kommen, wie ihr es im Hintergrund seht, dann hat sich hier stark was geändert. Einerseits ist die Fläche des Modifiers doch mal deutlich erhöht worden, die Zeit ist auch erhöht worden, also man hat wesentlich, es ist wesentlich angenehmer, den Modifier zu suchen. Da macht ihr rundherum alles platt und dann, wenn es darum geht, den Modifier zu platzieren, früher war es so, ihr habt draufgeklickt und das hat sich einfach ausgebreitet. Jetzt ist es so, wir können das gezielt platzieren, bedeutet also, wir schauen mal, okay, was ist es für ein Modifier, steht schon da, was kriegen wir und wo wollen wir das Ganze hinsetzen. Es werden anschließend gleich die fünf Flächen der Felder, welche gebufft werden, markiert, bedeutet also, wir sollten jetzt idealerweise immer so kleine Gruppierungen bauen von relativ hochläberigen Feldern. Da können wir dann die Modifier einfach drüber setzen, unabhängig davon, ob das Ganze jetzt verbunden ist oder nicht verbunden ist und damit wird es natürlich auch wesentlich effektiver, denn wir holen uns die Hochfragmenten-Level, bedeutet also, wir spielen hier von mir aus T13, 14, 15er Karten, um hier 80, Item Level 80 Plus zu holen und dann sammeln wir die Modifier ein und können das Ganze hier gezielt in unseren Gebieten ablegen. Man muss natürlich dazu sagen, müsst ihr mal schauen, fünf Flächen, fünf Modifier ist jetzt aktuell das Maximum, dass ich das Ganze hier nicht willkürlich überlagern kann, ist denke ich mal soweit auch klar. Also es ist jetzt auf jeden Fall an der Zeit dann, die Leak-Mechanik auch dementsprechend zu spielen, dementsprechend mitzunehmen, besonders weil es halt sehr stark mit den Modifier vereinfacht wurde. Und zusätzlich gab es noch eine weitere Änderung, die finde ich fast noch besser als mit den Modifiern und zwar ist es meistens so das Problem, wir laufen irgendwo hin, irgendwann gehen uns die Fragmente aus und wir würden jetzt genau ein Dreier-Element brauchen oder halt irgendetwas, was in die andere Richtung zeigt, ist aber aktuell nicht verfügbar, bedeutet wir müssten alles verlassen, uns raus-teleportieren und das wollen wir hier nicht. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, einerseits die Elemente zu löschen, ist jetzt nicht neu, gab es auch schon früher, aber wir haben zusätzlich die Möglichkeit, Fragmente wieder rauszunehmen in unseren Stash und die neu zu platzieren. Ihr habt es schon gesehen, natürlich werden, wenn es drauf Modifier gibt, werden die entfernt, auch die Aufladungen bleiben gleich, also wenn ihr jetzt ein Vierer-Element rausnehmt, was nur mehr eine Aufladung hat, dann bleibt das bei einer Aufladung. Aber wenn ihr jetzt irgendwo ein gerade Stück braucht, das einfach irgendwo steht, dann holt ihr euch das wieder raus und könnt das neu platzieren. Also somit ist es jetzt sehr, sehr viel einfacher geworden, hier das Ganze zu verbinden, das Ganze zu connecten und auch hier ein bisschen Loot rauszuziehen. Also wenn ihr ein paar gute Strategien habt dazu, gerne ab damit in die Kommentare und sonst wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.